Irgendwann werden sie halt nur noch Gold und Bier transportieren. Nämlich dann, wenn keine Schwerter, keine Eisenrüstungen mehr vorhanden sind. Ja, auf wie viele Eisenrüstungen bin ich jetzt eigentlich? 17. Das heißt, eigentlich nur noch 8. Und ja, guck mal, der hat immer noch mehr als genug Gold und hat schon wieder so viel reingebracht an Gold. So, Schuhe werden immer mehr, Pilze auch, aber Ölfläschchen werden jetzt weniger. Ja, das heißt, du gehst mal wieder an die Arbeit. So, ich denke mal, du kannst wieder Bäume füllen. Legen wir mal deinen Arbeitsbereich nach da unten fest. Dann haust du erst einmal den Waldklump und danach kannst du den weiterklumpauen. Ja, hast du einiges zu tun auch. Ey, jetzt wird mal wieder Gold eingelagert. Bier ist eingelagert. 18 Eisenrüstungen, fehlt also noch 7. Unser Eisenschwälzer kann trainiert werden. Gut. Noch 6 Eisenrüstungen. Ja, halt sobald wir den Eisenschmelzer wieder zum Eisenschürfer machen, können wir mal die Route von ihm ändern. Nein, dann haben wir in dem Zeitpunkt nur noch den Werkzeugmacher, der Holz verbraucht. Das sollte dann eine Weile dauern. Ja, noch 5 Eisenrüstungen, dann haben wir die Eisenrüstungen, die wir brauchen. Und dann haben wir eigentlich alles an Waffen hergestellt. Und das meiste ist dann auch eingelagert schon. Irgendwie stimmt hier die Anzahl für die Eisenrüstung nicht. Ah, jetzt stimmt sie. Ja, Schwerte sind doch am meisten zum Abtransportieren. Wäre schön gewesen, wenn Meisterträger, wenn sie es zwei Gegenstände gleichzeitig tragen könnten. Ja, wie ich vielleicht etwas zu fordern. Oh, Bier nimmt aber auch wieder ab langsam. Na ja, noch haben wir mehr als genug Bier. Und stimmt, wir haben ja auch noch die Goldschmieterholz verbraucht. So, letzte Eisenrüstung. Mal sehen, ob du nur eine machst oder ob wir dann eine Rüstung übrig haben. Na ja, ihr seht, egal, Speere zum Beispiel haben wir auch eh übrig. Ja. Ja. so und wir haben kann jetzt nicht sein 26 eisen rüstungen das heißt du werkzeug schmied und das bleibst du jetzt auch und ja dann können wir uns jetzt anfangen in unserer liste der dame nach unten zu hangeln und kinder zu kriegen sehr viel enthasiasmus und die letzte so werden kinder gemacht du bist erfahrung kastriert werden ja ich finde es immer noch seltsam frauen sollten dann eigentlich auch eine unterhaltende unterhaltungsbalken haben wenn sie gesprächspartner suchen oder suchen sie die meistens dann wenn sie gerade nicht kochen müssen wie viele kinder haben wir denn mittlerweile schon fünf die hälfte also naja sie wartet darauf dass jemand zurückkommt ja und du du eisen schiffen Du kannst trainiert werden als Bierbrauer, ist auch gut. Ja, dann sollten wir eigentlich ihn mit ihm hier tauschen lassen. Ja, dann können wir ihn mit ihm hier tauschen lassen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Bier gleich Futschi? Nö, er lagert es einfach da ein. Äh, also er nimmt es mit. Lager zoffen dich dann hier aus. So, du wirst jetzt zum Träger hier. Gut. Ich hoffe immer, du lädst das Bier dann auch hier ab. Ja, du da. Gut. Hey, die beiden sind leer, das heißt, es sind nur die beiden zum Leermachen, die unsere drei Träger leer machen müssen. Und dann müssen sie nur noch Gold und Bier reinschaffen. Sehr gut. Geht's. Jetzt kommt schon wieder her, wenn das jetzt Möpi ... Möpi, keine Ahnung ... Oh jetzt, dann sind wir wieder ... Das war schon wieder ... Die ist doch da, weste jetzt ... Möti, das war schon wieder ... Mö amongst das Möpi ... Möpi, die haben nicht her. Möpi, die haben ja nur ... Möpi, die ist jetzt irgendwo ... Möpi, die es nicht her. Möpi, die haben nicht her. Okay, die ersten Erwachsenen. Oh, ja, und, ähm, wo ist das ein guter Syren? Äh, sieben Kinder? Fünf Kinder und fünf Zivilisten, gut, geht auf. Ja, und, ähm, wo ist das? Ja, und, ähm.